Nehmen Sie eine angenehme und bequeme Sitz- oder Liegeposition ein. Schließen Sie nun, wenn Sie mögen, Ihre Augen. Und sollte es angenehmer sein, die Augen geöffnet zu lassen, dann können Sie mit einem weichen Blick einen Punkt fixieren. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann auf Ihre Atmung. Beobachten Sie die kleinen Bewegungen Ihres Körpers beim Ein- und Ausatmen. Und nehmen wahr, wie sich Brustkorb und Bauchdecke mit der Einatmung leicht anheben und mit der Ausatmung wieder senken. Ganz in Ihrem Rhythmus, ohne die Atmung zu beeinflussen. Vielleicht können Sie auch an den Innenseiten Ihrer Nasenflügel bemerken, wie die Luft, die Sie einatmen, vorbeiströmt. Beim Einatmen vielleicht etwas kühler als beim Ausatmen, wenn die Luft vom Körper angewärmt ist. Alle Gedanken oder Geräusche, die Sie als störend wahrnehmen, versuchen Sie in den nächsten Minuten gleichgültig werden zu lassen. Und sollten Sie abgelenkt sein, nehmen Sie dies einfach wahr und kommen mit der Aufmerksamkeit wieder zurück. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre rechte Hand. Spüren Sie, wie sich diese anfühlt und welche Kontaktflächen es zur Sitz-, Liegefläche oder dem Körper gibt. Um hier eine Spannung aufzubauen, ballen Sie jetzt die rechte Hand zur Faust. Nehmen die Spannung wahr in Ihren Fingern, der Hand und im Unterarm, atmen dabei gleichmäßig weiter und mit der nächsten Ausatmung die Spannung wieder loslassen. Spüren Sie, wie sich der Unterarm entspannt, die Handfläche, der Handrücken und die einzelnen Ihrer Finger. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Kleinerfinger. Vielleicht können Sie ein Gefühl von Schwere oder Wärme in der rechten Hand wahrnehmen, vielleicht auch eine Leichtigkeit oder ein leichtes Kribbeln in einem Ihrer Finger. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre linke Hand. Spüren auch hier, wie sich diese jetzt gerade anfühlt und wo Sie die Sitz-, Liegefläche oder den Körper berührt. Ballen Sie jetzt Ihre linke Hand zur Faust. Halten Sie die Spannung in einer Stärke, die für Sie angenehm ist, ohne dabei zu verkrampfen. Atmen weiter und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Spüren Sie den Unterschied zwischen der Anspannung eben und der Entspannung jetzt. Im linken Unterarm, im Bereich des Handgelenkes, dem Handrücken und der Handinnenfläche und in den einzelnen Ihrer Finger. Beide Hände entspannt. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre beiden Oberarme, rechts und links und machen sich bewusst, wie sich diese jetzt gerade anfühlen. Nehmen bewusst den Kontakt zur Liege oder zum Körper wahr. Um die Oberarmmuskulatur anzuspannen, winkeln Sie jetzt Ihre Arme an und bewegen die Hände Richtung Schultern. Die Hände bleiben dabei locker und spüren ganz bewusst die Spannung in der Oberarmmuskulatur. Atmen Sie weiter, ein und aus. Und mit der nächsten Ausatmung wieder vollständig loslassen. Die Arme wieder bequem herabsinken und vielleicht schwer werden lassen. Versuchen Sie, das Gefühl der Anspannung, die Sie eben noch gespürt haben, mit dem Gefühl der Entspannung jetzt zu vergleichen. Beide Arme entspannt. Spüren Sie nun weiter zu Ihrem Gesicht. Nehmen für einen Moment wahr, wie sich dieses jetzt gerade anfühlt und wie die Atemluft an den Innenseiten Ihrer Nasenflügel vorbeiströmt. Um hier im Gesicht eine Spannung aufzubauen, legen Sie jetzt Ihre Stirn in Falten, kneifen die Augen zusammen, rümpfen die Nase und pressen die Lippen aufeinander, sodass das ganze Gesicht unter Spannung steht. Halten die Spannung, atmen weiter und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Das ganze Gesicht wieder weich werden lassen, entspannen. Die Stirn wird glatt und fließt nach außen, Augenlider, Nase und Wangen entspannen und die Kiefermuskulatur löst sich, die Zunge fällt vielleicht tief in den Unterkiefer, das Gesicht entspannt. Spüren Sie von dort aus weiter zu Ihren Schultern und dem Nackenbereich. Nehmen wahr, wie sich diese jetzt gerade anfühlen. Um hier eine Spannung aufzubauen, ziehen Sie jetzt die Schultern nach oben in Richtung Ohrläppchen und spannen so den Schulternackenbereich an, ohne zu verkrampfen. Atmen dabei gleichmäßig weiter und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Die Schultern wieder bequem herabsinken lassen, vielleicht schwer werden lassen. Mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr. Die Entspannung bewusst wahrnehmen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann weiter auf Ihren oberen Rücken. Spüren den Kontakt Ihres Rückens mit der Lehne oder Liegefläche und nehmen den Bereich der oberen Wirbelsäule wahr, zwischen den Schulterblättern. Um hier eine Spannung aufzubauen, ziehen Sie jetzt Ihre Schulterblätter nach hinten unten und spannen so die obere Rückenmuskulatur an. Halten die Spannung und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Den oberen Rücken vielleicht schwer werden lassen, in die Sitz- oder Liegefläche sinken lassen. Und vielleicht können Sie spüren, wie sich ein Gefühl der Entspannung mehr und mehr in Ihrem Körper ausbreitet. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann auf Ihren Bauchraum. Spüren Sie für einen Moment noch einmal die Bewegung der Bauchdecke im Rhythmus Ihrer Atmung und wie sich Ihr Bauch gerade anfühlt. Um hier eine Spannung aufzubauen, ziehen Sie jetzt den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. Machen so die Bauchdecke fest. Spüren die Spannung im Bauchraum und auch im unteren Rücken. Atmen weiter und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Die Bauchdecke wieder weich werden lassen. Und ganz bewusst den Unterschied spüren zwischen der Anspannung eben und der Entspannung jetzt. Wie fühlen Sie Ihre Aufmerksamkeit dann auf Ihr Gesäß und Ihre Oberschenkel? Wie fühlen Sie sich diese jetzt gerade an? Welche Position nehmen die Oberschenkel ein? Und welche Kontaktflächen gibt es zur Sitz- oder Liegefläche? Um diesen Bereich gleich anzuspannen, drücken Sie Ihre Fersen jetzt nach unten und heben die Knie leicht an, sodass ein Spannungsgefühl entsteht in der Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. In einer Stärke, die angenehm ist, ohne zu verkrampfen. Mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Die Oberschenkel wieder weich werden lassen. Entspannen und ganz bewusst den Unterschied spüren zwischen der Anspannung eben und der Entspannung jetzt. Im Gesäß und in den Oberschenkeln, Vorder- und Rückseiten. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann auf Ihre Unterschenkel, Waden und Schienenbeine und auf Ihre Füße. Spüren Sie, wie sich diese anfühlen, welche Kontaktflächen es zur Sitz- oder Liegefläche oder dem Boden gibt und in welcher Position sich Ihre Unterschenkel und Füße jetzt gerade befinden. Um hier eine Spannung aufzubauen, ziehen Sie jetzt Ihre Fußzehen nach oben in Richtung Knie und spannen bewusst Unterschenkel und Füße an. Halten die Spannung, atmen dabei weiter und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Die Füße weich werden lassen und spüren, wie sich die Muskulatur gelöst hat. In den Waden und Schienenbeinen, im Bereich der Fußgelenke, in den Füßen bis hin zu den Einzelnen Ihrer Zehen. Beide Beine entspannt. Und nun stellen Sie sich darauf ein, gleich noch einmal alle Muskeln, die Sie eben durchgegangen sind, gleichzeitig anzuspannen. Ballen Sie jetzt Ihre Hände zu Fäusten, spannen die Oberarme an, machen das Gesicht klein und fest, ziehen die Schulterblätter nach hinten unten, den Bauchnabel nach innen und spannen die Beine an. Gesäß, Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. Und mit der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Die ganze Spannung weichen lassen, die Muskulatur lösen und vielleicht das ganze Gewicht in die Sitz- oder Liegefläche abgeben. Spüren Sie, wie sich der Körper Muskelgruppe für Muskelgruppe mehr gelöst und gelockert hat und wie sich die Entspannung mehr und mehr vertieft und ausgebreitet hat. Machen Sie sich diesen angenehmen und vertieften Ruhezustand bewusst und beobachten und genießen Sie die Entspannung noch für einige Atemzüge. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann noch einmal auf Ihre Atmung und lassen Sie diese jetzt langsam etwas bewusster und tiefer werden. Nehmen ein paar kräftige Atemzüge und vielleicht mögen Sie währenddessen kleine Bewegungen ausführen, der Finger und Hände, Füße oder Beine, sich vielleicht auch ausgiebiger strecken und regeln und dann öffnen Sie ganz in Ihrem Tempo wieder Ihre Augen, um die Entspannung zu beenden.